Geh mal ganz zurück. Ja, ach so, ja. Okay, dann, jetzt. Wie weit denn noch? Ja, setz mir mal die Kunde mal kurz. Gut, da oben sieht, wo man da nicht her? Hm, okay. Ja. Das können wir doch einfach anders machen. Jetzt kommt's. Geh mal da hoch. Wo hoch? Ja da. Geh. Jetzt rennen. Ja da ist nicht richtig eingefettet hier, das hat so keinen Sinn. Drück mal auf den Knopf. So, jetzt. Geh mal auf den Knopf. Geh mal auf den Knopf. Ah, wir sollten noch gucken, wann das geht, ne? Ja. Gott. Geh mal auf den Knopf. Aber das ist schon geil, wenn du einfach so... Also mega ist mein Kopf für so eine Orangene Wand rennst. So, warte. Hui. So, jetzt musst du mir mal die Dinger machen. Ähm. Ja. Äh, mach dein rotes mal noch in die Mitte. Ne. Genau. Ne, da nicht hin. Ne, das war das Falsche. Ja, geh einmal durch und mach dann das rote. Durch meins durch. Ah, du bist so ein Lappen. So, geh durch meins durch. So, und dahin das rote. Genau, und jetzt durch. Er rennt. Ja, das war aber knapp. Lass ihn auch noch mit dem drauf springen. Angesichts eures Tempos bei diesem Test glaube ich allmählich, ihr teilt meine Hingabe für die Rettung gefangener, weiner, verletzter, sterbender Menschen nicht. Wenn euch das nicht motiviert, dann weiß ich auch nicht. Ich glaube, jetzt kann man aber auch erstmal deren Stimme nicht mehr hören, für die nächsten paar Wochen, oder Monate. Wir werden das nie wieder spielen, je nach. Ja, Alter, da fange ich auch aus. Sag die Uhr. Gleich drei Uhr. Ah, geil. Oh, noch zwei. Ich habe tatsächlich schon mal Menschen gesehen. Was sind Menschen? Das ist schon jetzt echt hart, aber... Manchmal möchten sie einen auch umbringen, aber sie sind tolle Testsubjekte. Also, man möchte nicht alle Menschen manchmal umbringen, aber so manche. Ja, doch, so sind manche schon. Ach, warte, wo ist das jessische Gehl? Nach da, nach... da. Hui! Ach, ich glaube, wir müssen noch ein paar Mal drücken. Noch mal. So, und da muss jetzt der Cube... Ne, da ist noch ein Cube auf der... Geh nochmal zurück. Da kannst du so ein Cube unten... Da. 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 Die geht aber kaputt, da weißt du schon, ne? Ja, wofür braucht man den jetzt? Nein, die muss, glaube ich, kann man nicht irgendwie hochschleudern? Ne. Scheiß drauf. Ähm, aber... Ja, jetzt bist du da. Ja, jetzt kann man aber... Da kann man jetzt ja auch wie so ein Springteil draus basteln. Wenn ihr die Tests nicht besteht, befreien wir die Menschen nie. Ähm, das ist jetzt geil. Hast du die da unten wieder? Hast du die da unten hingemacht? Ja, ja. Gut. Sollte das lustig sein? Mach ich jetzt. Ja. Ja. Ja, ja, wo willst du denn hinspringen? Ja, dann einfach nach oben erst mal. Ja, dann... Ja. Ja, dann... Dann musst du das Ding irgendwann anders denn machen. Da ist noch eins. So, jetzt haben wir erstmal wieder den üblichen... Fail. Lol. Wollt ihr mich testen? Okay, dann mach ich das jetzt mal, weil ich geil bin. Nein. Doch. Nein. Ja, mach jetzt. Ja, kannst. So, und jetzt? Und jetzt? Warte mal, welchen bist du gerade? So ein Würfel wäre jetzt geil. Ja, warte bis jetzt. Guck mal, nach unten. Mh, Orangen. Da ist ja kein Würfel dazu. So, jetzt Ender. Das war's. Hehehe. Hui. Und das war's, ne? Ja. Bist du noch da? Ja. Ja, jetzt musst du mir noch die Dinger setzen. Ja. Da kannst du ja direkt... Da krieg ich, glaub ich, noch hin. Da kannst du direkt da. Wasse? Ja, los. Ja, los. Noch zwei Tests, bis wir bei den Menschen sind. Ja, das hätte jetzt auch so gut sein. Seid ihr auch schon so aufgeregt? Nein. Irgendwie nicht so. Boah, Alter. Eigentlich wollte ich heute mal was früher pennen als gestern. Ja, gestern hatten wir auch fast vier Uhr. Hm, gestern hatten wir sogar vier Uhr. Ich weiß, eure Kerne entstammen Taschenrechner, geeignet für simpel-mathematische Aufgaben und nicht für Tests. Doch wenn wir die Menschen retten können, dann lasse ich euch etwas addieren. Wer weiß, vielleicht sogar subtravieren. Oh, das hab ich mir schon immer gewünscht. Pack die Minecraft-CPU aus. Oh, ja. So, ab wie benutzt hast du jetzt? Nix. Auf den der Schalter, da. Ah, okay. Kannst du mal den Schalter da drücken? Hm. Wer ist denn denn? Der, der in den Scheiß ausfährt. Okay. Das war der Fall schon. Ja, genau. Bringt sehr viel Ball in den Gitter. Ah, ja. Das macht Sinn. So, was macht der? Der, der wies den Würfel, ne? Hm. Ähm. Ich hab eigentlich eine viel bessere Idee. Ich hab jetzt nicht mal der Scheiße. Ne, müssen wir auf der anderen Seite auch nochmal. So, dann los. Ups, warte. Das ist doch freden, du Lappen. Du musst auch diesen Scheiß-Schalter drücken. Das war das mit dem Schalter, ne? Mhm. Ja, okay, nochmal. Jawohl. Ja, los. Falls ihr beunruhigt seid wegen der Menschen, nicht alle sind Monster. Doch. Die meisten sind gute Testsubjekte. Nein. Also du bist Monster. Ich glaube, auf eine Million gute Testsubjekte kommt etwa ein Monster. Ach. Hm, bestimmt. Ja, andersrum. Ich hab jetzt sowas erwartet, wie auf etwa eine Million gute Testsubjekte kommen, etwa drei Millionen Monster. Der ist auch gut, ne? Völlig, viel lustiger. Die Menschenkammer liegt gleich hinter der Öffnung. Die Tür öffnet sich nicht, obwohl ich den Code eingegeben habe. Ihr müsstet also das manuelle Schließsystem direkt an der Tür bearbeiten. Das klang ja ein bisschen ekelhaft irgendwie. Hey, hey. Äh, ja, was müssen wir machen? Komm hier in die Grütze, komm mal da. Äh, haben wir noch andere Grütze hier? Ja. Nur die Grütze. Hm. Ähm... Wird ja mal vorschlagen. Da haben wir noch die andere Grütze. Was ist denn das jetzt gemacht? Äh, ich war für den Ruhesprung. Das geht? Ja. H0. So, aber wir für die andere Grütze auch den Schalter. Ja, es ist der gleiche. Achso. Ah, okay. No, hier unten. Ja. Und dann... Ähm... Ähm... Ich wollte ja erstmal sowas bevorzugen, ne? Kannst du mich mal wieder hochlassen? Bist du jetzt da unten? Ah, ne, nicht. Habe ich schon. So, was würdest du erstmal bevorzugen? Das. Ah. Aber... Da muss jetzt einer sein Portal hin. Du musst jetzt das Blaue da... So, jetzt das andere natürlich auch da auch hin. Ja. Da unten. Du stehst hier im Weg, du Lappen. Ich weiß. Ich weiß. Ich will mal einen Fass. Enttäuscht mich nicht. Findet die Tür zur Kammer. Ich bin jetzt fertig. Jaa, Moment. So, ist das schon. Au. Hast du daneben gesprungen? Nee Schade Du kriegst aber auch dicke Kumpfschmerzen danach, ey Erstmal so dick mit dem Kopf dagegen prallt Hier ist zu Blöd Deine Äh, wo bist du eigentlich? Ja, pfff... immer noch da? Was machst du da eigentlich? Pumpe verteilen. Haben wir nicht irgendwo blaue Pumpe? Da oben ist blaue Pumpe... Da ist... Ähm... Ich weiß, was die Erde ist, das brauchst du mir nicht sagen. Ähm... Nur hier. Haben wir sonst irgendeine Pumpe irgendwo? Ja, wir müssen einfach nur hier verteilen. Die Strecke. Ja. Lustig. Ich weiß. Ich weiß. Da kommst du aber nicht hin. Also hier haben wir auch angeschnuppt haben, oder? Ja, das weiß ich. Und zwei Pfeile nach oben. Ja. Und da oben ist ein Portal. Hört auf damit. Ihr müsst nur die Tür zur Kammer öffnen. Das ist nicht so einfach. Ah ja, das sieht sehr kreativ aus, wenn du machst. Lass mich. Was doch immer das genau bringen soll. Nix. Gesterben. 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 Oh nein. Heut. Mhm... You want me to stay? No. Was hat das jetzt nicht so gebraucht? Na, keine Ahnung, wie kann man denn da oben kommen? Gucken wir uns erst noch mal die andere Seite an Lappen, auf die Fresse Ich glaube langsam, ihr wollt die Menschen gar nicht retten Nee, wollen wir auch nicht Er will schon Menschen retten, also jetzt will ich Ja, da ist ja zu Nee, komm, diese letzte Kammer werden wir auch noch schaffen Natürlich schaffen wir die Nein Jetzt wird schon mal die Ähm Und zwar machen wir das folgendermaßen Jetzt kommt's Wenn ich schnell dich fetzpumpe, bin ich ganz aufgeregt Nee, weil du nicht höher kommst Einmal kurz da versuchen Ja, wir arbeiten dran Ähm, ich hab ne Idee Keine Idee Das ist nicht sinnvoller Ich hab doch ne Idee Ja, komm mal wieder nach hier Ja Und jetzt? Ähm Nee, falsch Ähm Nee, falsch Ähm, warte So, und du machst Das jetzt hier hinten Und da hinten Wo können wir davon nochmal ein Portal setzen? Ja Ja Ähm, mach das mal von hier aus, hier das Brote Hm? Mach das mal von hier, von hier der Seite aus Was machst du? Nein, von hier aus Nein, von hier Nein, da drunter Naja Du stellst dich hier hin und machst das dann So, jetzt Ähm Ne, das war schon richtig Mach mal hier blau und da dann anderes blaues Was? Hier machen wir das andere blaue Nein, da drunter So Und wenn Ich renne jetzt los Und dann machst du nachher das hier hin Nee, warum ist das denn noch da? ETF Ganz besser Nee, reicht immer noch nicht Ja, das klingt aber schon mal nicht schlecht Ja, ne? Lass mich mal festen Mach du mal hier die beiden Okay Hm, du solltest das schon hier in die Mitte machen Ähm Soll nochmal Ja Ah, okay Ich weiß wie, ich weiß wie, ich weiß wie Ich weiß wie, ich weiß wie Ähm, ja mach nochmal Okay Ja, okay Jetzt, ja Hm Ähm Ja, eigentlich ernsthaft, oder? Ähm Ja, eigentlich ernsthaft, oder? Ähm Ähm Ja, wir wollen jetzt die Würfe Knie, говорил jetzt den Würfe, oder? Gar nicht Ah, ich weiß wie Weißt du wie? Mhm mhm das ist so behindert oh ja mhm wo war das? da unten so, dort heißt ich jetzt nein du bleibst hier du musst hier bleiben, du musst hier rüber so ja ja ups wir müssen beide da sein warte mal, wir müssen das ganze so wir müssen das beide gleichzeitig machen ich weiß wie weißt du wie? weißt du wie? ne der Würfel muss da durch ah ich weiß wie ja siehste ok wir bauen noch mehr von der Brampe ne ja dann lass mich mal wieder zurück hier ok und dann los gehts und 3 2 1 warte 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 jetzt kack das scheint nicht geklappt zu haben ja ja ich muss dich setzen, das weißt du ne? mhm ja ich geh runter hm so ja ich geh runter hm jetzt sollten wir gleichzeitig laufen okay dann lasse ich den jetzt hier runter 221 das hört sich gut an Hm... Äh, kommst du auch? Bist du schon drüben? Ja. Ach, auf der Seite. Ach nee, das ist ja scheiß. Nein, nein. Okay, da haben wir immer so'n Ding an. Ja. Okay, ähm... Komm, komm ich nicht mit dem... Nee, geht auch nicht, ne? Wir müssen irgendwie da rüber... ... ohne zu sterben. Ja, warte. Ist falsch rum, ne? Mhm. Ähm... Okay... Du kommst von hier nicht da drüben. Gut. Sehr viel Sinn. Äh, ja, ich... ... weiß ja, wo wir hin müssen. Ja, das ist auch... Was macht denn dieser große Button? Da hinten das Ding auch. Ja. Aber erstmal benutzt das jetzt so nichts. Moment. Oder? Na... ... ... ... ... Okay.